Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir sitzen heute hier im Studio mit Marc Hagenbeck und ich bin der Saschi. Hallo. Und wir reden heute über den 13. Oktober und am 13. Oktober haben wir wieder ein prominentes Geburtstagskind und das ist Paul Potts. Kennst du? Paul Potts, natürlich, der die Juroren von Americans Got Talent, glaube ich war es, zu Tränen gerührt hat. Ja, weil er nicht so aussah, wie er gesungen hat. Genau. Ja, genau. Der stand zumal im Vapiano in Wiesbaden, stand so neben mir. Echt? Paul Potts? Man hat auf die Pizza gewartet. Ich guck so rüber und denk so, Paul, bist du's? Paule! Ja, dann merke ich gerade, dass er gar kein Deutsch kann. Ist auch egal. Ich habe ihn nicht angesprochen, ich habe nur gemerkt, dass es ist. Alles klar, macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber auf jeden Fall wissen wir, Paul Potts ist Pizza. Paul Potts Pizza. Ja. Merkste? Merkste? Ja, Paul Potts Pizza. PPP. Besser als KKK. KKK. Karl Knust. Nee, ganz was anderes. Ist egal. Ja, was hatten wir noch? Am 13. Oktober 1945 wurde in Würzburg die CSU gegründet. Ach, die wurde in Würzburg gegründet? Im schönen Würzburg, ja. Natürlich. Würzburg ist ja normalerweise recht schön. Gut, jetzt haben sie halt die CSU da gründen lassen. Kann man so und so sehen. Ja. Ich habe aber auch noch einen Fakt des Tages. Oh. Warte mal. Fakt des Tages. Wir müssen dann immer so ganz erstaunt gucken so. Ja, so. Egal. Fakt des Tages ist heute, es gibt ca. 10 Billiarden Ameisen auf der Erde. Ach, was. 10 Billiarden. Nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billiarden. Billiarden. Das heißt, eine Billiarde sind ja tausend Milliarden. Tausend Milliarden. Tausend Milliarden. Es gibt, okay, nochmal zurück. Es gibt ca. 9 Milliarden Menschen. Ja. 9 Milliarden Menschen. 9 Milliarden Menschen. 9 Milliarden Menschen, genau. Und tausend Milliarden wären eine Billion. Nee, Moment. 10 Billiarden. 10 Billiarden sind ja 1.000 Billionen. Boah, ist ja doch viel mehr, als ich gedacht habe. Habe ich gar nicht durchdacht, das ganze Ding. So, also. 1.000 Billionen sind eine Billiarde. Und von diesen 1.000 Billionen 10 Mal. Also 10.000 Billionen bedeutet ganz viel. Ach so, ja, ja. Ja. Hammer, wie viele Ameisen es gibt. Das ist unglaublich. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe mir das gelesen, habe ich gedacht, so, ja, ja, okay, ganz viele Ameisen. Da gehst du raus, gehst bei dir in den Garten, guckst mal so, was da am Ameisen läuft. Da gehst du schon alleine in meinem Garten, gibt es schon wahrscheinlich eine Million. Ja. Hammer. Hammer, echt. Hammer. Hammer. Ja, das ist hier, angehbar wissen, dass wir rausgehauen haben heute hier am 13. Oktober. Und am 13. Oktober wird es nicht enden, sondern am 14. Oktober geht es weiter. So. Freut euch drauf. Und jetzt kommst du. Wird eine Hammer-Sendung. Ja. Ich sage bis morgen, Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.